Hallo, herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Nee, eigentlich bin ich dumm. Wir müssen das ja rein... Ja, wir müssen das reinschneiden. Ich hab nämlich die eine Folge so gerendert, dass... Ja, ja, egal. Vergiss, was ich gesagt hab. Ich hätte den Schnuffel mitnehmen sollen. Nein, hättest du nicht! Dieser Sch... Ich hab in der letzten Folge gesagt, dass der Hund schwul ist. Das ist eigentlich voll... Asozial. Ja, aber ich hab auch gesagt, dass das schwul ist. Und das ist voll inkorrekt, weil das würde ja bedeuten, dass alle Leute, die schwul sind, Asozial sind. Und das ist ja... Das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Nein, das ist... Ja, ich will zu sagen, dass alle Leute, die schwul sind... Ey, ist das ernst? Ja. Lass das! Geil. Ja, danke, tötet man. Wo muss ich denn jetzt? Oh. Wir müssen einen Panzer mitnehmen, ne? Das weißt du. Ey, bist du dumm? Das hast du gleich mit mir gemacht. Ja, mir doch egal. Ach so, ich hab falsch... Oh, dieses Level, ne? Ich, ich seh schon... Ne, ne... 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 Die männliche Stimme. Hallo, ich kann nicht. Was ist das denn? Rütteln. Ach so, jetzt verstehe ich. Ach ne, wir müssen mit dem... Ach so war das. Wir müssen mit dem Panzer mitgehen. Na los, beweg dich! Na los, beweg dich! Hä? Da, den Panzer musst du mitnehmen. Oh, du bist so schlau. Den brauchen wir. Das hat beim ersten Mal... Ne, das hat beim ersten Mal... Du sagst, der Spaß da oben chillt, ne? Was für chillen! Du hast mich umge... Du hast mich umge... Du hast mich umge... Du bist runtergefallen gerade. Komm, los, wir müssen. Wir müssen. Komm, wir müssen. Komm, wir müssen. Nein, ach so. Ja, jetzt ist die Frage. Ich versuche es so. Ah, okay. Das, ich bin ehrlich, ich wäre jetzt hier durch diese Tür gegangen. Ich hätte das eiskalt vergessen. Und das ganze Level hätte ich nochmal machen müssen, wegen dieser... Einen scheiß Blume. So, hier wissen wir ja jetzt, wie es geht. Nein. Doch. Nein. Doch mit wollen. Nein. Natürlich. Wie geht das einfach so? Ich verarsche. Hä? 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 Jetzt los, komm. Nein, 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 nein. Aber die Frage ist eigentlich, wie man darauf kommen soll, was wir wollen zu machen. Ich will das Ding, ich will das Ding haben. Ich will das haben. Nein, das ist nur eine Mode. Nein, das ist meine. Ich halte uns die. Aua. Ha! Ist irre. Warte, ich will erst einmal den, den, den Stego... Ach, eben. Ja, bitte, toll. Okay. Toll, danke. Ich will... Hol dir die Blume! Hol die Blume! Hol die Blume! Aua. War das jetzt... War das jetzt bewusst? Nein. Alter, ich bring den einmal um. Warum bring ich den um? Ja, weil der den Schalter aktivieren muss. Hast du, ich schwitze? Oh! Alter! Ich mach das hier lieber so. Das ist sicher. So, warte, weg, da, 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 weg, da. Bist du irre? Meine Wollen! Ich bin erst tot! Genau. Soll du keinen Wollen hast. Hier. Ja, stimmt. Geiler! Ja, perfekt. Ja, warte, warte, warte. Ich bin fest. Ich bin fest. Oh, jetzt schnell. Jetzt müssen wir schnell reagieren. Ja, solange du getroffen bist, ist mir das eigentlich. Wirf! Ach, ne. Ach so. Ne, passt alles. Passt alles, passt alles, passt alles. Geh mal da weg, geh mal da weg, geh mal da weg, ich muss dir immer so. Schlecken. Weg macht noch mehr Spaß, oder? Nein, nein, nein. Das ist witzig. Der ist gleich weg. Okay. Oh, ähm, 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 äh, ja. Also, falls wir irgendwann mal vorhaben, Yoshis Crafted World zu spielen. Ey, ich sag dir, das endet so in einer Eskalation. Und jetzt ist die Frage, ist jetzt hier noch was im Raum? Ja. Viel weiter waren wir ja nicht. Oh. Oh, Mann. Ja, ich... Das hätte ich jetzt auch eiskalt übersehen. Ja, bitte. Ich will das Level jetzt einmal perfekt spielen und dann einfach nie wieder. Ich, ich will dieses Level nie wieder in meinem Leben spielen danach. Nie wieder. Passt jetzt, ich kann mal... Ich behaupte jetzt einmal mal, dass jetzt hier nichts ist. Ich meine, hier war die Wolle. Hier, hier war eine Blume. Nein, hier ist nichts mehr. Kann ja nichts sein. Das ist... Kommst du? Ja, ich bin noch. Ich bin noch. Auf, bei, Mann. Ja, ich bin noch. Ja, ich bin noch. Ja, ich bin noch. Oh, geil. So. Jetzt kommt dein Pult in die. Jetzt ist die Frage, ja, wir dürfen den Monty ja nicht, nicht, ne, uns so umbringen. Willst du in die, in die Dingens gehen, ins Ei? Weil sonst fixiert er uns beide und ja, dann passiert sowas. Ja, dann passiert sowas. Willst du es machen? Was ist das? Ne, auch du. Hä, soll man schießt man mit... Hä, soll man schießt man mit R? Das geht auch, ja. Hä? Okay. Hä, wie kann ich denn noch mal... Ich hab vergessen. Ich hab vergessen, wie man in die, in, in, ins Ei geht. Aber gut, jetzt ist es egal. Oh, Alter. Dieses Viech, ne? Das, das steht einem auch immer unter den Eiern. Okay. Ja, das ist voll das homophobe Vieh. Los, 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 los. Nein. Nein, du bist der, der, der. Dreckst Viech, Alter. Komm her. Hä? Was ist denn? Ne. Oh. Perfekt. Hallo. Was soll das? Ey, wie hast du das denn gemacht in der einen, in dem einen Part da? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mich ausgelacht hab. Ja, ja, zu Recht wahrscheinlich. Hab ich? Ja, weil Schnuffel die ganze Zeit im Weg war. Bis wir dann rausgefunden haben, dass man den halt, ne, und so... Das war jetzt nicht so schlimm. Kannst du das bitte versuchen? Ich hab dafür keine Nerven. Bitte versuch du es. Bitte, ich kann's... Ich kann es einfach nicht. Wie kann man denn nochmal ins Ei gehen, sag mal? Was war das so? Ich bin gleich tot, ne? Egal. Ja, weil ich... Ich hab ja die Herzen. Nein. Was? Hä? Perfekt. Ja, super. Ja, jetzt mal ernsthaft. Wie kann man denn nochmal ins Ei gehen? Ja, ja. Scheiß drauf. Es gibt eh noch genug Herzen. Ich will... Wenn ich sterbe und du im Ei bist, ne? Ach so. Ja, gut. Dann bist du... Ja. Jetzt verstehe ich. Aber wie soll ich denn... Der fix... Der fix... Perfekt. Warte mal auf dich. Der fixiert uns beide. Das ist ja das Problem. Alleine... Das alleine zu machen... Hallo? Wie kann ich denn... Nee, mir geht das irgendwie nicht mehr. Ach, Minus. Alter, ich spruchte mir alle Tasten aus und es war einfach Minus. Ich bleib einfach hier oben stehen. Warte, ich sterbe jetzt, ne? Damit ich wieder volle Herzen hab. Achso, ja gut. Wie du weißt. Kommen wir jetzt? Weil ich wirklich etwas Herzen hab. Auch was wir machen. Doch. Wir kriegen das hin. Ich bin da. Ich bin eigentlich guter Dinger. Jetzt gerade bin ich echt guter Dinger. Ich weiß nicht warum. Ja, frag nicht. Ich hab absolut keine Ahnung. Perfekt. Okay, warte. Was hab ich gerade nochmal gesagt? Ja. Ich muss die guten Seiten in diesem Spiel sehen, um motiviert zu bleiben. Ja, genau. Jetzt schreibe ich aber mal ein bisschen an hier. Auf einmal. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt dazwischen funke, da wird doch nichts. Ah, du setzt gar nicht erst so einen Plattenflug an. Ich verstehe. Oh, geil. Warte. Ja, egal. Dem kann ja nichts passieren. Hallo. Lass das. Sagt der Typ, der... Lass das. Was machst du denn? Ja, der darf doch nicht darunter. Perfekt, Lukas. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, genau. Mach mich einfach zum Ei. Äh. Perfekt. Oh, das ist Wolle. Ja, ach nee. Ja, ich hab selbst drauf gekommen. Oh. Oh. Weißt du was? Wir cheat'n jetzt einfach. Wegen dir? Weitere nicht. Wohl. Warte. So, was ausprobieren. Oh. Ja, damit wir uns hier drum nachher nicht kümmern müssen. Oh. So, jetzt ist nämlich die Frage... Ja. Aber der Monty muss... Ah, ich verstehe. Gott, das wird zufrieden. Ich versuche es jetzt einfach mal. Jetzt weiß ich, wie du es gemacht hast. So. Da, 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 da. Da, Junge. Das Viech ist krank. Das Viech ist einfach nur krank. Dann guck mal, wie der, der rumhampelt. Wie der allerletzte Depp. Ich glaub, ich hab's noch. Ja. Weil ich muss ja einfach... Ja, guck mal. Ich muss ja einfach nur warten. Okay. Ich, ich hab's, ich hab's geschafft. Ja. Ich, ich, ich hab's geschafft. Ja, mach. Ich bin... Loll. Ja, komm. Das... Das war doch jetzt nicht schwer. Warum ging das denn jetzt auf einmal? Oh nein. Die Ginger machen mir Angst. Das war doch... Hä? Jetzt mal ganz ehrlich, Lena. Das war doch jetzt kein Akt. Oh, guck mal. Eine Blume. Oh, guck mal. Die haben wir schon mal. Wie sieht's denn aus? Zwei Wollen noch und sechs Stempel Münzen. Ey, komm. Das kriegen wir hin. Komm. Das, das, das kriegen wir hin. Ähm. Aufpassen, aufpassen. Warte, warte, warte. Wir brauchen die Wolle. Whee. Ähm. Ja, ja. Ich erinnere mich an, 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 an. Zutritt. Genau. Ha, 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 ha. Hast du gehört? Es lohnt sich, Let's Place zu gucken. Auch wenn die voll 2010 sind. Egal. Ja, wir brauchen jetzt noch... Eine Stempel-Count. Eine. Ja, die hier. Ja, wir haben alles. Nein, die Herzen! Ist doch egal. Nein, ich will das nicht drüber machen. Das heißt, es gibt im ganzen Level nur zweimal Herzen. Und das ist relativ am Anfang. Noch vor dieser komischen Monty-Passage. Gott. Willst du das alleine machen? Nein. Aber meinst du, zu zweit sind wir uns da nicht im Weg? Ich meine... Ich finde, die Herzen sind nicht so wichtig. Immer noch. Hä? Auf was bezogen? Ich meine, die Dinger muss man ja nicht finden und sammeln und die Herzen sind ja einfach nur... Achso, du meinst, man kann ruhig einen zweiten Durchgang machen, extra für die Herzen, dass das voll in Ordnung ist, sagst du. Ich weiß nicht, wie jetzt. Oder? Ja, weil meinst du jetzt, die Herzen sind nicht wichtig in Bezug auf 100%? Ja. Ja, wir machen nur 100% und dann gehören jetzt halt nochmal dazu. Ja, ich hab mir das nicht ausgesucht. Du machst das später alleine. Ja, klar. Nach dem Together nochmal jedes Level durchgehen. Ja. Vergiss es. Vergiss es. Ja, nee. Ja, nee. Das, das, wir schaffen das jetzt. Wir müssen uns jetzt nicht mehr auf Wollen, Stempel, Münzen und Blumen konzentrieren. Warte. Warte. Oh Gott. Na, ja. Ui Yoshi. Ich tausche. Ich find den süß. Ja, warum ii? Der ist voll. Der sieht aus. Das ist ein weißer... Ja, das sieht... Das sieht so aus. Warte. Ja, ich weiß. Das hat der Ui Yoshi. Ich wechsle. So. Ja. Ja, viel Spaß. Jetzt ist die Frage. Warte. Warte. Nimm am besten. Warte. Ja, das hier gibt es ja eigentlich nicht. Gab's doch irgendwas mit spitzen Klingenschnitt oder einfach nicht? Das hier hab ich beim ersten Durchlauf genommen. Das nehm ich nie wieder. Weiß nicht. Kann ich ne Schnuffel geben? Nein. Dann nehm ich lieber gar nichts. Und außerdem sind die Trickanstecker nicht umsonst. Also von daher. Hm. 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 Geil. Kaffee. Der andere Kaffee hat aber besser geschmeckt. Ja, da hab ich mir auch Vanille-Eis reingesteckt. Das weiß ich nicht, weil. Du kannst froh sein, dass ich die Musik in den Level feier. So, hier. Scheiß auf alles. Einfach nur durch. Neh mal mit. Perfekt. Was hast du jetzt schon wieder zu meckern? Hä? Hä? Ähm. Hä? 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 Wir müssen auf die Herzen achten. Welche Herzen? Ja, die Herzen. Komm. Nein, ist kaputt. Nochmal. Hä? Ich bin, ich bin 14. Moment. Ja, wir müssen halt ein bisschen schneller sein. Ach, echt? Ja. Kommst du drauf? Wala. Wenn man so ungefähr mit dem Panzer mitgeht, dann ist man eigentlich schon in einer relativ... Der Scheiger war im Weg! Ja, wenn ich die Zunge benutzt hätte, hätte er ihn geschluckt. Das klingt super, wer er ist. Hä? Ja, der ist noch ungefähr. Hallo. Hallo. Oh, jetzt sind wir auf dem deutlich besseren Weg. Guck mal hier. Ach ja. Ach ja, stimmt. Guck mal, das war das schon. Guck mal, das ist gar nicht schwer. Ja. Ist das der? Und das vielleicht... Ja, gut, vielleicht... Vielleicht ist das Vorfüh... Was heißt das? Das heißt Vorführeffekt. Ähm. Das wäre ja negativ. Nein, vielleicht liegt es daran, wir kennen das Level ja jetzt eigentlich schon. Und... Wir haben das jetzt so ein bisschen über uns ergehen lassen, weil das ja jetzt auch alles schon wieder zwei Wochen her ist. Ne? Vielleicht deswegen. Wir wissen jetzt, wie... Wie diese komische Dingenspassage hier funktioniert. Warum sammel ich überhaupt Sachen ein? Wir können jetzt hier auf alles scheißen. Auf alles. Genau. Ich hab alles gut. Ich darf jetzt mich nur nicht treffen lassen. Ja. Da hab ich schon ein bisschen meine Bedenken. Hä? Was willst du denn jetzt? Ja. Jetzt nehm ich... Das war krass. Jetzt nehm ich mir erstmal wieder ein paar Wollen. Ein paar Wollknullen. Ja. Ich... Ich hab gedrückt. Ich... Wir haben's verkackt, ne? Mhm. Weil es gibt nur zwei Herzen, glaub ich. Oh, ne, ne? Ja, dann sammel du lieber die Herzen ein, glaub ich. Ja, oder? Haben wir es jetzt verkackt? Ich hab mich jetzt einmal treffen lassen. Ich weiß, die Speziallevel sind... Ja. Ich weiß, die Speziallevel sind hart. Aber sicher, dass es nur zwei gibt? In der ersten Welt war das so. Daran erinnere ich mich. Oh. Oh. Scheiß drauf. Kaku. Wo, wo, wo gibt's denn hier nochmal Herzen? Gar nicht. Ja, na, der passt... Aber es gab nur einmal Herzen bis jetzt. Ja. Oh. Oh. Ähm. Ja. Ja. Ich schätze das. Ja. Okay. Das heißt... Neustart. Ja, es bringt ja nichts. Sollen wir machen? Es nicht machen. Äh. Jetzt ist die Frage, willst du die Herzen sammeln oder ich? Jetzt ist die Frage, will ich überhaupt nicht machen? Du bist derjenige, der meckert. So. Den hier muss man von vornherein besiegen. Und den auch. So cool. Was hast du gegen Shy Guys? Ich hab nichts gegen Shy Guys. Was? Oh. 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 Das ist so gemein, dass die einem da entgegen kommen, ne? Wow. Das war krass. Egal. 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 Es kommen unendlich viele Stegis, Stegos. Das. Nein. Jetzt. Ja. Ja. Kann man vergessen. Ja. Toll. Hi. Läuft. Ja, ich schneide das eh, also von daher. Verdauern kann ich ja raus. Ja, halte ich raus. Wollen wir's so machen? Du sammelst die Herzen ein und gehst dann immer ins Ei? Du kannst ja nicht getroffen werden. Dann ist es ja auch egal, wie oft ich mich treffen lasse. Ist ja pumpe. Na gut. Ja, ich... Ja, wir machen. Na gut. Ist so schlau? Egal. Ach, Quatsch. Ne, alles gut. Ich mach das jetzt. Ich hau. Ich. Oh, warte mal. Oh, wie einem ehst, die ihr diese dummen Stacheln entgegen kommen. Das so dumm. Nein! Warum? Hä? Oh, ja... Ja, fail. Egal. 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 Egal, egal. 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 Man muss hier mit dem Panzer mitgehen. Aber jetzt ganz ganz ehrlich. Warum... Warum ging der... Warum war der Shy Guy wieder da? Weil er cool ist. Weil er ein Shy Guy ist! Ja, schüchtern! Passt! Mega! Geh ins Ei! Geh ins Ei! Los, hau ab, ich mag dich nicht! Da komm ich... Hau ab! Lass das! Du musst jetzt gleich die Herzen einsammeln! Du musst jetzt gleich die Herzen einsammeln! Und, 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 und... äh, Lena, 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 ey, das, ist das dein scheiß Ernst, ja, bleib da drinnen, nein, warum, warum, weil, ich pulmel, ja, das liegt an den Monitoren, die haben halt alle nicht dieselben, denselben Farbcode, glaube ich, ich glaube, so nennt sich das, ist alles Full HD, aber halt leider nicht, ja, und so, ja, ich weiß, ich weiß, ich kenne das, ich weiß aus dem Mund, das ist auch immer, wenn ich zum Beispiel, äh, ein bisschen Sprung, Punkt, wenn ich, äh, auf dem Handy kuckuck, oder halt auf dem Fernseher, nein, wenn ich, äh, zum Beispiel abends auf dem Fernseher, dann macht die Helligkeit lieblicher, dann ist meine eigene Einstellung, ach so, und, äh, sonst mach ich immer, wenn es ein bisschen heller wird, dann mach ich, äh, glaube ich, das ist keine Natur, sag ich jetzt mal, ja, ich glaube, das heißt warm, ja, ja, und danach, äh, so, jetzt, komm her, geh weg, geh weg, so, und dann geh jetzt direkt ins Ei, und hau einfach ab, geh einfach weg, so, genau, ich bin ein Engel, ich hab Lügel, das hätte jetzt auch nicht anders enden können, aber, egal, 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 siehst du, egal, nein, es ist ja Wumpe, weil, ne, hier kommen unendlich viele Stegis, ich kann mich drauf treffen lassen, wie ich will, und wenn ich mal kurz vorm Abnippen bin, dann kommst du halt kurz raus, ich bring mich um, und dann hab ich wieder zehn Herzen, ist ja, ist ja egal, ich weiß, nein, ist der Two-Player-Mode echt voll übertrieben, aber andererseits ist es auch schwer genug, mit jemandem wie dir zu kooperieren, ja, das stimmt doch gar nicht, nein, überhaupt nicht, nein, nein, tu doch nicht, weißt du, ach, quatsch, halt dich für ein Gerücht, also, ich weiß nicht, was du meinst, hier, Perfekt, so passt du, passt du, Perfekt, Perfekt, egal, alles gut, ja, jetzt, jetzt bist du ja mal nicht in den Tanga, ja, ich hab kein Tanga, von dem Boxerschutz, jeder Mann, klar, so, hier, das machen wir jetzt als erstes, ja, ich mach, warte, ich mach, und jetzt ab, ab ins Ei, hau ab, hau einfach ab, hau ab, hau ab, hau ab, ab in deinem Bett, das heißt wirklich, wenn du jetzt stehen, ja, vor allem wegen den Stacheln, die bringen den ja sofort in, so, wie hast du das gemacht, normale Sprünge, ganz riesig, alles ganz gechillt, der war drauf, das hat jeder gesehen, jetzt mal ernsthaft, ich sicher nicht, hab mich hingeguckt, so blöd wie der Wagen, geh weg, hau ab, lass das, wenn du hier gleich raus plopst, Lena, ich hab, ah ja, stimmt, sorry, hab's vergessen, also, ich hab vergessen, mit Minus macht man sich zum Ei, Lena, alles gut, ja, alles gut, alles gut, Sabotage, ja, die haben so ein, das sind so kleine Mini-Luigis, die rutschen so, die sind aber nur dumm, oh, Monty, ich hasse Monty's, ein Monty ist viel besser, ganz ehrlich, gibt es Leute, die Monty's echt von ganzem Herzen lieben, die sagen, echt, sind die besten, sind die besten Wesen im ganzen Mario-Universum, ich, du bist ja kein Mensch, du bist ja kein Mensch, ist ja auch egal, ich bin Yoshi, ja, ich auch, so, jetzt mit, mit Konzentration, und hoher Stille, und Zärtlichkeit, ergeht dann alles leid, mein neues Cover, gibt es euch, Musikcloud, let's go, Hä? Ja, egal, alles gut, egal, alles gut, ja, Yoshi hat schon, alles gut, wir haben alle Zeit der Welt, genau, ja, alles gut, nee, ich, eigentlich habe ich auch gar kein Hetzgefühl, es ist halt nur dieses Gefühl, Mensch, ich will fertig werden, weil ich will es hinter mich bringen, Hä? Jetzt mal ernsthaft, er war auf der Plattform, nein, natürlich, er ist durchgeflutscht, er hat durchgeflutscht, ich sage gleich mal, was noch durchflutscht, der Boys Love Mangos, was? Boys Love Mangos, und mein Pullover, müsste er eingekommen sein, dein Pullover, ein Pullover, du bestellst, Klamotten im Internet, das ist auch Merch, du bist los 2016, das ist Merch, ja, Merch ist in Ordnung, Merch ist in Ordnung, ist ja nun, ja, ja, klar, ja, wie willst du Merch sonst kaufen, bei Aldi? Ja, ja, Aldi, Aldi, ich, die Irre war, ich glaube, jetzt einfach stehen, und der Monty, macht das, was er immer tut, nämlich dumm sein, nein, geh weg, hopp, verpiss dich, so, hopp, auf der ist gar nicht gekommen, oder? Weiß ich noch nicht, nur bleib im Ei, weil, wenn du im Ei bist, und du trotzdem volle Leben hast, sollte das zählen, Achso, man muss ihn mit dem Feuer klingeln, ich verstehe schon, ja, siehst du, gut, dass ich jetzt, siehst du, gut, dass ich nicht, ne, und so, ja, scheiß drauf, jetzt ist die Frage, kommen mir jetzt hier noch Gegner, nein, nein, ich trau, nein, ich trauere dem nicht, sag der und schmeißt mich einfach nach vorne, ja, weil, da kann am wenigsten passieren, wehe, wir müssen jetzt mal wieder ein Spiel spielen, ja, direkt, wir sind bei einer halben Stunde, ja, und haben das Speziallevel jetzt hinter uns, ich müsste mich eigentlich freuen, tu ich nicht, aber, ich freu mich, ein Herz, ne, geil, ja, ja, geil, bist du irre, bist du irre, ich nehme auf, na und, ja, na und, ey, du hast dein Bier schon wieder leer getrunken, deswegen muss ich auch rülpsen, du, ach so, wegen der Kohlensäure, ja, alles klar, hier, vielen Dank fürs Zuschauen, bis, bis nächstes Mal, Welt 3 steht an, tschüss, tschüss, noch eine Balance, bis n Christmas, das ist ein Haus, bis n parliament of tschüss, hast du, bis nvale, bis nvale, bis n免 revolution, Bis n iven, bis nödkum, bis nenne bis n Economijle, bis n terminals, Vielen Dank.